Ja, meine lieben Skyrim, ach Skyrim, ich bin schon wieder auf falsches Spiel, meine lieben Zelda-Freunde, was soll das denn hier? Willkommen zurück zu einer neuen Episode, wenn man hier vier Jahre jahrelang andauernd Skyrim-Episode aufnimmt, dann kann man sich schon mal versprechen. Ja, wir sind gerade dabei, mit unseren Bomben, die wir in der letzten Episode bekommen haben, hier diese komischen Maschinen kaputt zu kloppen. Irgendwie muss das ja gehen. Werfen! Was sagst du denn dazu? Guck mich an, wenn ich mit dir rede, du widerliche Ausgeburt. Verdammt. Wir haben uns gerade selbst... Alter! Wir haben uns hier gerade selbst in die Luft gesprengt, so gut wie. Essen, essen, das sollte man vielleicht mal vermeiden und nochmal essen, dann bevor wir leben. Guck mal den falschen Knopf, ich hasse ihn. Was soll das denn? Geht jetzt wieder auf einmal ab. Das schießt jetzt viel schneller. Das ist aggressiv. Bin ich nicht gut. Also ich hab ja eigentlich gedacht, dass wir das viel mit den Bomben kaputt kloppen können. Aber irgendwie... Was? Hab ich da gehört? Ach, jetzt kommen ja auch noch Skelette aus dem Boden. Das ist nicht gut. Kacke. Das ist dunkel. Tööö. Ey, der steht noch mal auf. Ich hab doch liegen, Affe. Der baut sich zusammen. Oh, ohne Kopf. Kann er sowieso nichts anrichten, oder? Und Knochen. Ich glaub, der ist kaputt. Wir müssen erst die Knochen aufheben. Oder was? Keine Ahnung, der ist viel lebt noch. Von mir aus. Von mir sollen sie noch leben. Reiseschwert. Jetzt reicht's. Jetzt mach ich das hier mit den Bomben. Hahaha. Warum nicht, ne? Warum jetzt auf die andere Art und Weise. Holzfall. Bitte her damit. Ah, okay. Wenn alle Skelette von einem Rudel, nenn ich's mal, den Kopf verlieren, dann gehen sie kaputt. Und kommen nicht wieder. Aua. 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 Ohren. Und, ja, die Hände. Nee. Ich finde das putzig, wie die sich weiterhin bewegen. Aber muss ich jetzt nicht haben. Ganz viele Feine, die nehmen wir natürlich mit. Holzschild haben wir noch. Oder... Nee, komm, ich nehm doch ein paar Waffen mit. Ah, Waffe ist voll. Na toll. Ähm, ja. So, wie ist das jetzt hier mit den komischen Geräten? Das Vieh ist sowas von Aggro. Was ist das jetzt? Das zieht irgendwie nix ab, hab ich das Gefühl. Das muss doch irgendwie gehen. Wenn's man das kaputt kriegt. Ist das der gute Bogen? Ja. Vielleicht, ähm, die andere Bombe. Die Runde. Nee, das Vieh hat so viel Leben. Jetzt ist er höchstens aggressiv. Und jetzt... Guck mich an, wenn ich mit dir rede. Vielleicht müssen wir auch direkt ein Auge mit der Bombe treffen. Und jetzt zieht er dann sehr, sehr viel Leben ab, bei dem Vieh. Ich weiß jetzt nicht. Müssen wir mal ausprobieren. Die Bombe ist doof. Wollt ja weg. Müssen wir die eckige nehmen. Was ist das irgendwie kacke, ne? Oh, oh. Das, ähm, das wird ein Problem. Ich krieg das viel nicht platt. Ich hab eigentlich gedacht, das mit dem... Ja, Mann. Aber der guckt zumindest nicht mehr in unsere Richtung. Ein Ziege-Schrauber. Vielen Dank. Und, der hat uns im Visier, der hat Sack. Was ist das denn? Ja. Komische Fledermaus. Oh, ab da. Was hat's ja da? Ein Flederbeißerauge. Deine Trophäe aus einem Flederbeißerkampf. Als Kochzutat scheint das Auge nicht zu taugen. Aber vielleicht findest du irgendeinen anderen wertvollen Verwendungszweck dafür. Und ein Flügel. Ja, Flügel eines Flederbeißers. Erst bei näherer Betrachtung fällt dir auf, dass er von kleinen Härchen bedeckt ist. Kochst du ihn mit Insekten, dann... Wahrscheinlich wieder irgendwas mit Medizin. Und eine Feder gefunden. Vielen Dank. Tja, wie kriegen wir das Fleder jetzt kaputt? Also möglichst schnell kaputt. Wir können draufkloppen. Das hat ja beim ersten Mal funktioniert. Aber das muss auch irgendwie mit der Bombe klappen. Bin ich mir ziemlich sicher. Wir haben die ja nicht umsonst gefunden hier. Das ist im Alarmmodus. Wettern wir da mal nicht rüber. Aber hier. Die ganze Episode geht's hier drauf, weil wir gegen das Vieh kämpfen. Das ist doch ein Panzer. Das muss man von innen irgendwie angreifen. Da muss doch irgendwo eine Öffnung haben, wo wir die Bombe reinstecken können bestimmt. Guck mal da auf der einen Seite. Vielleicht klappt das. Das ist so meine Theorie. Ich mein... So, okay. Hier, guck mal da drunter schieben. Irgendwie vielleicht. Hier so. Ablegen. Verdammt, das wollte weg. Das, ja. Oder auf den Kopf setzen für die Bombe. Ich weiß jetzt doch nicht. Oder Doppel-Explosion eventuell auch möglich. Ablegen. Wir werfen die und zünden. Nein! Tja. Das hat's nix gebracht. Nee, das Vieh, das ist einfach... Das ist extrem zäh. Das... Nee. So scheint das auf jeden Fall zu funktionieren. Machen wir das so. Das kann ja auch nicht die Lösung sein, dass wir da wie so ein Bekloppten drauf rumkloppen. Das hat jetzt so viel gebracht, das möchte ich mal meinen, ne? Das sieht gar nix ab. Das sieht nur am meisten ab, aber das kann ja auch nicht sein. Und jetzt nehmen wir hier mal was... Den riesen Zweihänder. Komm, das muss ja einen Sinn haben. Auch der Schaden hält sich komplett in Grenzen. Wir haben nur noch drei Pfeile. Das ist nicht mehr so viel, ne? Vielleicht sollte man auch mal mit den Eispfeilen probieren. Der kann ja nicht mehr reinfrieren, angeblich. Ja, das können wir jetzt... Ja, nein, 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 nein weg! okay waffe gewechselt hat es funktioniert jetzt nicht so wie ich mir das vorgestellt habe aber die schon ein bisschen doof damit der bombe nicht klappt jetzt mal ernsthaft so ein haben wir nämlich noch irgendwo der sich aufgebaut hatte nämlich zwei stück der da nämlich der ist auch noch am ja toll ja das wird ne tut mir leid müssen wir kaputt kloppen hier kommt er hat doch hier eine öffnung für eine bombe oder so wie soll der das nicht oder kann ich den gegner scannen geht das gar nicht so schwer sein so aufwachen schönen guten morgen du komische zwie warum ist der eigentlich so aggressiv gegenüber uns da kann ich damit durch die wand gucken wir können durch die wand gucken wenn wir den einmal anvisiert haben so geschietet die wand existiert gar nicht bug entdeckt ja ich nehme mal die feuerpfeile wirklich umgepfiffen so und zwar bitte her damit was der soldatenbogen zerbricht gleich okay okay stimmt man sollte da stand ja man sollte den bogen nicht zusammen mit feuer verwenden ja wer weg wo braucht das denn nein ist ja doof toll feuerpfeil verschwendet er zieht natürlich nicht so viel ab also datenbogen mit feuer stand extra dabei soll man nicht machen und das schwert ist kaputt es kann nicht sein dass sie so viel aushalten die fliecher es wäre wie eine bombe dahin und zwar eine eckige nein falscher knopf behindert man jetzt klettert er darum das äffchen jetzt sind wir zum ersten mal game over aber einmal muss man ja mal gucken erneut versuchen wo sind wir denn jetzt jetzt viel ich jetzt da stehen tipp für anfänger ja ich möchte kein tipp für anfänger ich möchte ein experten tipp nur starke waffen können die panzer durchdringen toll was stand da jetzt was soll das was ist mit unseren soldatenbogen ist der gut in schuss nein hör auf ne das ist fast drauf toll ja ist egal mit viel lassen wir mal da einfach stehen das ist mir jetzt komplett egal laufen wir weg es gab nämlich noch einen ort an den ich mich erinnere wo wir ähm hier unsere bomben verwenden können da ganz am anfang bei der kathedrale da war so ein fluss oder ne also kein fluss oder so ein kleiner see wo ganz viel geroll lag und ich denke dass wir da die bomben ganz gut verwenden können ich laufe da mal eben hin tja erst einmal game over gegangen wir sind so schlecht da mit dem komischen wilden bäldchen auf sich so ist das da oben eigentlich muss ich mal eben auf der karte gucken genau das ist der andere schrein den wir kunden müssen der fehlt noch am heil heiljahrberg oder hüliaberg und der andere wird irgendwo hier im krötenteich sein wahrscheinlich hier hinten in der ecke ja wenn ich mir das so angucke das symbol hier da ist auf jeden fall ah ne das ist ein totenkopf das hier könnte aber so ein teil sein wie sieht das erste aus tempelruine also sieht man gar nicht auf der map so wirklich na gut kann man nicht von kann man nicht ableiten leider jetzt war wieder eng so wir haben die bomben im gepäck und jetzt geht's gleich rund machen wir die anderen bomben die finde ich besser das war genau die so hier unten war dann irgendwo äh da äh ablegen und äh ah ne truhe ein opal schon wieder ok als wir auch immer damit anfangen können müssen wir aber immer nicht so da müssen wir jetzt anscheinend diese eisige gegend oder ja doch wahrscheinlich müssen wir jetzt da hinein vielleicht gibt's auch noch einen anderen weg dahin zu diesem anderen schrein da hinten ist ein haus ne ne wir gehen erst hier her da oben ist zwar der schrein aber bevor wir in die berge ziehen schauen wir uns dann erstmal an was hier so noch auf uns wartet beziehungsweise ist hier oben vielleicht auch noch was ne ist einfach nur ne ebene ah ok alles klar da sind wieder die viecher soldatenbogen und keine feuerpfeile äh toll wir haben nur feuerpfeile das ist nicht so gut dann ähm können wir die doch nicht abballern gut das hätte nicht mitgekriegt dass wir da sind der Idiot oh jetzt hat's da doch ein Fragezeichen beim Kopf der riecht uns wahrscheinlich der hat ja so ne ganz empfindliche Nase das Schweinegesicht oh und Holzpfeile jetzt haben wir wieder ein paar sehr gut das Schwert zerbricht es gleich stand da tja da kann ich mich glaube ich nicht anschleichen das kannst du vergessen vielleicht doch jetzt gucken die alle auf das Fressen mindestens einer wird denke ich mal dran glauben wenn ich noch über den falschen Knopf drücken muss ist schon so ein bisschen geschietet ne halt ich möchte die Waffe wechseln Moment dann nehmen wir jetzt genau im Sprung erwischt ausgerichen und kaputt jawoll und die nächste Truhe so was haben wir da ein Hörnchen Hörnchen Hauer Hörnchen und ähm lecker Fleisch schon wieder sehr gut her damit wir müssen uns mal wieder nach Pilzen und so umgucken wir haben nicht mehr so viele und hier ein Apfel sehr gut und ne Truhe so ist wahrscheinlich wieder Feuerpfeil oder Eispfeil oder sowas drin kennen wir ja schon ein Wurfsperr eine besonders effiziente Wurfwaffe lässt sich dank ihrer speziellen Gewichtung deutlich weiter werfen als gewöhnliche Lanzen okay alles klar dann jetzt einmal bitte ins Invertage schaut wenn man den richtigen Knopf findet jawohl und ich hoffe wie viel Nahrung wir schon haben und ich meine gut das ist jetzt keine Nahrung ist für Medizin und so und ähm das können wir in die Hand nehmen ein äußerst nahes Kraut das überall auf die Ruhle wächst als Koch zuteilt bla 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 komm wir nehmen auch immer eins davon in die Hand und werfen das jetzt hier hin wir gucken was passiert ist einfach zerpufft anscheinend funktioniert das nicht so mit dem Kochen den Apfel ach man du solltest den Apfel doch ins Feuer werfen und nee was hallo der Apfel ist doof vielleicht nicht so hier ah ok jetzt bleibt er liegen einmal gepufft und jetzt Röstapfel her damit ah da sind da sind Pilze sehr gut so hier haben wir ablegen tja da oben ist schon wieder auf was ist denn da oben am wachsen Ausdauerlink ein grüner Pilz der oft in der Nähe von Bäumen wächst er speichert die Energie der Erde und füllt dadurch als Kochzutat die Ausdauer auf was willst du denn da oben Ausdauer Honig ok Honig direkt vom Bienenstock ist besonders nahhaft wenn man ihn zur Verweinerung von Gerichten verwendet verleiht er ihnen den praktischen Effekt der Ausdauer die Ausdauer zu steigern ah ok und eine Truhe haben wir ja auch noch ein Bombenfall fünf Pfeile mit Sprengsätzen die für den Kampf gegen Monstern erfunden wurden beim Aufbau verursachen die weitflächigen Schaden das ist vielleicht gegen die Maschinen ganz gut wenn das dann beim Aufpallen wenn wir ins Auge schießen und das dann auch noch explodiert das könnte das könnte gut werden so jetzt können wir nochmal was kochen diesmal aber richtig jetzt haben wir ein bisschen mehr ein paar Pilze haben wir gefunden und zwar als Kochzutat ne wir nehmen nur den wenn der als Kochzutat gilt komm wir nehmen auch einen von denen mal gucken was passiert vielleicht verpufft der Röstausdauerling ah geröstet ok können wir doch alle rösten von denen also bitte in die Hand in die Hand ne den besser nicht komm wir machen mal mit den hier wobei es scheint ja nicht als Kochzutat zu eignen aber vielleicht können wir den trotzdem verbrennen alle da hin ok das ist verpufft schade hätte ja sein können egal ok hier ist wieder der Abgrund da ja da kommen wir erstmal so nicht hin das ist aber auch kein Problem so was haben wir denn hier das Plateau was sind denn da vorne das sind doch ah da ist ein Baum mit Äpfeln ah da vorne ist ah unser alter Kollege ist da ach das scheint wohl seine Hütte zu sein zack im Sprung gepflückt wächst hier noch ah da oben ist noch einer ey naja man das ist auch schon zum Teil ein bisschen frickelig hier mit der Steuerung gib den Apfel her jawoll haben wir was äh was machst du denn hier und zack und zack so sieht man sich wieder was machst du da dieser Baum sollte gutes Brennholz abgeben aber ihn in die richtige Richtung fallen zu lassen ist gar nicht so einfach man muss sich vor den Baum stellen den Blick in die gewünschte Richtung wenden und dann kräftig zuschlagen das da ist das nicht meine Axt die du da bei dir trägst du kannst sie gerne behalten aber hilf mir doch bitte beim Baum fällen ich bin etwas erschöpft ich muss mich eine Weile ausruhen natürlich das ist ein das ist ein Hinweis wahrscheinlich müssen wir einen der Bäume so fällen dass wir hier auf die andere Seite kommen können das machen wir gleich aber erstmal fällen wir diesen Baum für den beziehungsweise den nicht da ist ja nichts dran aber einen von den großen den hier den hier wenn wir den nach dahin fällen können wir da rüber laufen und also ich denke schon aber zuvor gucken wir uns hier mal die Hütte von den Typen an und ah hier sind wieder Pilze ganz viele Pilze jam 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 lecker her damit ich hoffe die Pilze wachsen irgendwann auch mal nach und sonst wird das hier nahrungstechnisch ein Problem ah hier können wir eventuell kochen was denn da Topfdeckel normalerweise hält dieser Deckel die Hitze im Topf aber dank des dicken Holzes dient er auch als Schild auf Dauer solltest du dich aber nach robusteren Alternativen umsehen ja Schildauswahl können wir auch wechseln mit denen Knopf hat ja noch weniger Rüstung wie das von wir anhaben warum soll ich das denn da nehmen eine Heugabel Heugabel trijuselles Bauernwerkzeug zur Beförderung von Heu leicht genug dass auch ältere Vetterchen es noch heben können Vorsicht mit den spitzen Zacken für uns dient es wahrscheinlich mehr als als Waffe alter ist das ein dicke Ding das machen wir mal kaputt mit der Bombe ablegen ah ne da kann man sich verstecken wir waren ja gerade im Prinzip innen drin in dem Fass nur Ausdauerling da oben wächst schon wieder irgendwas komisches ganz komischer Pilz Spurtling dieser Pilz ist oft an schroffen und isolierten Orten wie steilhängen oder Höhldecken zu finden als Kochzutat erhöht es die Geschwindigkeit na interessant hier ist noch einer zack und her damit danke ruckel 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 und wir entfernen uns wieder von der Hütte aber nur weil ich da eben die Gesellen davon verkloppen möchte und ah guck mal da ist ein Bienenstock das gibt bestimmt Honig guck mal einer an der guckt in unsere Richtung aber ja hat nicht funktioniert Doppelkill ein Hörnchen schon wieder und noch ein Hörnchen sehr gut das Schild können sie behalten ansonsten ist hier nichts von Interesse außer vielleicht dieser Honig ah ich will doch nur der Tonig ist doch gut wir sind aber auch ja wir hauen doch schon ab ist ja gut komische Biene nee ist in Ordnung ich weiß nicht was ich immer den einen Knopf drücke ok die Bienen sind weg ich muss zweimal draufhauen alles klar dann gib mal doch lecker Honig Ausdauerhonig vielen Dank das nehmen wir gerne mit und wir essen mal eben und zwar einen leckeren Pilz einen leckeren Pilz und zurück zur Hütte den Baum müssen wir ja auch noch fällen Aufgaben über Aufgaben die wir hier erledigen müssen ah davon ist noch ein Pilz davon ist auch ein Pilz her damit wie ist das denn mit dem Kochen wann lernen wir denn hier richtig kochen ganz viele Ausdauerpilze sind hier an der Hütte von den Typen her damit auch diesen Pilz nehmen wir mit und die zwei hier zack 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 vielen Dank und hier ist eine Fackel Hallöchen ne ich möchte jetzt nicht mit dir reden jetzt im Moment wir plündern den hier ein bisschen ein Tagebuch das scheint das Tagebuch des Alten zu sein lesen auf diesem einsamen Plateau ist meine einzige Freude das Kochen heute ist es mir endlich gelungen das ultimative Gericht zu kreieren ich nenne es den scharfen Grillteller diese Mahlzeit stellt nicht nur verlorene Kräfte wieder her sondern wärmt den Körper auch in größter Kälte von innen solange man sie vorher verzehrt kann man auch ohne dieses ungetümliche Winterwams in die verschneiten Berge weiterlesen leider habe ich einen großen Fehler gemacht ich habe das Rezept nicht sofort aufgeschrieben zwei der Zutaten waren Wild und Chili so viel weiß ich noch leider fällt der Rest nicht mehr ein es war aber weder Pilze noch Pflanzen noch Geflügel ich werde wirklich langsam alt wenn doch nur jemand käme der mir auf die Sprünge helfen könnte mir ist klar dass auf diesem einsamen Plateau die Chancen auf ein zufälliges Treffen mit Hobbyköchen gering sind dabei würde ich für einen Hinweis zu den fehlenden Zutaten sogar meinen Winterwams hergeben oh ok noch einmal lesen was war das jetzt? ähm weiterlesen ja ist ja gut zwei Taten waren Wild und Chili ok Wild und Chili also Chili haben wir hier Chili haben wir noch da und ähm hier haben wir vielleicht Holzfeil, Chili schon wieder und eine Holzachs Tasche ist voll ist nicht schlimm was haben wir hier ausdauerlegend Röstapfel so was war das nochmal? lesen also Chili und Wild hat er gesagt und keine Pilze und Chili und Wild weder Pilze pflanzen noch Geflügel vielleicht ein Apfel Chili versuchen wir das mal alter Mann hm kommst du ja was machst du da ich bin ein wenig erschöpft erstmal eine Pause vom Lagerfeuer na bist du hungrig? dann kann ich dir gerne meinen Topf zubereiten gib mir Tipps öffne deine Tasche um Zutaten in die Hand zu nehmen und wirf sie in den Topf pass einfach auf dass die Zutaten zueinander passen mit den richtigen Ingredienzen kannst du sogar Gerichte zubereiten die deine Ausdauer auffüllen ansonsten kann ich nur sagen koch was das Zeug hält eine halbe Portion wie du kann was vertragen hehehehe ok also Chili und irgendwas machen wir noch schnell eigentlich ist die Episode schon vorbei aber was soll das ähm Chili in die Hand nehmen so dass man sich mollig warm fühlt ok mit Chili fühlt man sich mollig warm was hat er noch gesagt äh wo ist denn das andere Fleisch und wat bin ich blind hä äh Grillwild hat er gesagt oder äh bin ich verwirrt Schaffen Grill Teller Chili und also Wild haben wir ja ok Wild tja sollen wir das verschwenden zum kochen was könnte das denn noch sein was wir da reinpacken müssen also dat für mollig warme Orte dat ist auch ähm Heileffekt wird gesteigert und was können wir dazu tun keine Pflanze hat er gesagt und kein Pilz dementsprechend bleibt ja eigentlich nur Apfel oder ne wir nehmen mal Honig das könnte sein in die Hand nehmen in die Hand nehmen und Wild aber wir haben gar kein Wild ne wir haben nur schon gebratenes Wild ähm zurücklegen zurücklegen ja geht nicht kacke abbrechen wir können ja mal was anderes kochen vielleicht äh wir nehmen mal ein Kraut in die Hand nehmen und einen von denen in die Hand nehmen und ne Chili vielleicht kommt da aber irgendwas raus äh kochen und sie tanzen in der Pfanne und Dampfpilze gesundes Gericht bei dem Pilze im duftenden Blatt äh eines Wildkrauts gedämpft werden oh lecker überprüfe Rezepte und Zutaten in dem du bereits gekochte Gerichte in der Tasche anwählst okay alter Mann äh wenn du dir etwas kochen möchtest kann ich dir gern äh kannst du dich gern meines Topfes bedienen ich hab was gekocht hier guck mal oh sag bloß lass mich mal kosten besonders raffiniert ist das nicht aber als Essen geht das gerade noch so durch äh ich weiß genau dass du heimlich mein Tagebuch gelesen hast diese formidablen Rezepte umzusetzen ist nicht leicht wenn du es schaffst ist ein Winterwams für dich drin wenn du Wild brauchst solltest du im Wald der Seelen im Norden des Plateaus auf die Jagd gehen okay Wald der Seelen alles klar dann müssen wir zum Wald der Seelen das wird dann unser nächster Stopp sein da werden wir da Wild finden und ich denk mal das den Winterwams müssen wir uns craften um da oben hin zu gelangen denn ist ja da ist ja winterlich hinter diesem Tor das wird da bestimmt kalt na gut auf zum Wald der Seelen ja das war's dann auch schon wieder für diese Episode äh wir haben uns ein bisschen hier auf dem Plateau umgesehen ähm das mit den Maschinen zerstören haben wir ja gemerkt ist nicht ganz so einfach also mit den Bomben irgendwie also da scheint es bestimmt einen Trick zu geben ich hab den nur noch nicht rausgefunden ähm aber vielleicht ist ja der Trick ähm diese komische Bombenpfeile die wir gefunden haben wenn wir diesen Viechern ins Auge schießen mit diesem Bombenpfeil gehen die vielleicht direkt drauf oder schneller drauf können wir uns vielleicht demnächst mal anschauen ja äh aber jetzt ist unser nächstes Ziel wird jetzt erstmal sein dieses Plateau der Seelen oder dieser Wald der Seelen um da leckere äh Wildbraten zu bekommen also noch nicht gebratenen aber rohes Wildfleisch denn das brauchen wir für dieses ominöse Rezept das wir mit Chili und noch irgendwas anderes kombinieren müssen na gut werden wir dann hoffentlich in der nächsten Episode rausfinden wenn wir uns dann zu diesem Wald begehen ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal Ciao 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 ciao